hallo freunde heute werden wir die cortana kennenlernen das ist die neue oder überhaupt ja die persönliche assistenten sprachassistentin unter windows 10 nachdem wir cortana aktiviert haben jetzt hat sie mich gehört hat sie sich schon gemeldet ja okay das ist standardmäßig also per default ist es deaktiviert wir müssen das aktivieren einfach hier und dann können wir uns mit ihr unterhalten ja ich habe das jetzt aktiviert ich habe die einstellungen so gelassen die standard default einstellungen ich habe nichts geändert und dann werden wir sehen vielleicht ja einfach ein paar fragen stellen mal sehen was sie alles kann wir rufen unseren tuner auf in dem wir hey cortana wer bist du ich bin cortana deine persönliche assistentin hey cortana ich bin begeistert natürlich hey cortana weißt du wer ich bin du bist bögi wow hey cortana soll ich heute schwimmen gehen die wettervorhersage meldet stellenweise klaren himmel bei temperaturen zwischen zwei und zwanzig und vier und dreißig grad hey cortana du bist die beste danke das bedeutet mir viel wow hey cortana hey cortana kannst du kochen goethe sagt das essen soll zuerst das auge erfreuen und dann den magen wenn ich koche ist weder das eine noch das andere erfreut hey cortana bist du verheiratet bist du verheiratet nein auf romantik hat mich bisher noch niemand programmiert hey cortana bist du ein mensch nein das überlasse ich denen die für den job besser qualifiziert sind hey cortana bist du lustig manchmal hey cortana kennst du ein witz hey cortana kannst du ein witz die letzten worte des sportlehrers alle sperer zu mir hey cortana kannst du sie diri entschuldige ich konnte das nicht verstehen ich wollte sie gerne kennenlernen aber man gab mir lediglich ein iphone 3g hey cortana kannst du rechnen versuch es hey cortana was ist zwei plus drei das ergebnis ist fünf das ergebnis ist fünf wow hey cortana was ist 27321 geteilt durch 38 das ergebnis ist ungefähr 718 97 naja hey cortana was machst du heute was auch immer dir einfällt hey cortana sag mal wie alt bist du es tut mir leid aber ich kann nur auf einem telefon beim verschicken von text nachrichten helfen hey cortana hast du gefühle hast hast du gefühle entschuldige das habe ich leider nicht verstanden 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 Diese Frage habe ich nicht erwartet. Daher habe ich leider auch keine Antwort. Hey Cortana, hast du Hunger? Hey Cortana, hast du Hunger? Ich esse nicht, aber ich kann Miam Miam machen. Miam 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 Miam. Hey Cortana, hey Cortana, musst du noch mal machen. Hey Cortana, mach das noch mal. Hey Cortana, wiederhole es. Hey Cortana, hast du Hunger? Ich esse nicht, aber ich kann Miam Miam machen. Miam 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 Miam. Hey Cortana, gehst du schlafen? Hey Cortana, auf Wiedersehen. Mach's gut, bis bald. Na dann. Ja, das war jetzt eine ganz kurze Unterhaltung mit Cortana. Ja, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, einfach einen Kommentar hinterlassen und bis nächstes Mal. Aber ich kann Miam 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 machen. Miam 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 Miam. Ja. 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 Vielen Dank.